Wir machen auf jeden Fall viel drauf, wir kloppen nicht aus, reicht nicht, ne? Werkzeuge für einen Kunde, die sein Rechnung nicht zahlt. So, sieht doch gut aus, oder? Ja. Hoshke, er liebt uns bei Kfz. Wurzulich, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Radlager. Ein- und auspressen und antriechsen. Heute eine Schulung von Gedurre. Und wem haben wir heute da? Einen Chef persönlich. Robert, Spezialist für Radlager. Patrick, unser Chef. Was machen wir heute genau? Wir haben hier einmal Radlager. Kaputt, wie man das hört. Mein BMW Kompakt, der Kompressor hier. Das Problem ist bei mir, Radnabel schief. Seht ihr die Bremsscheine, oder? Radlager ist nicht kaputt, aber Radnabel schief. Also müssen wir Radlager auch machen. Und dafür haben wir den Spezialisten Robert da. Robert, wie geht's dir? Noch immer gut. Robert, zeigt uns heute, wie man hier mit dieser Kiste hier arbeitet. Und Robert kennt sich natürlich sehr, sehr gut aus. Allein BMW, wie viele Radlager hast du ungefähr gefühlt gemacht? BMW, Blue BMW? Rund 27. Rein BMW. Die Vorgehensweise ist näher zu ähnlich zum allergroßen deutschen Hersteller. Aber beim Radlager gibt es tatsächlich drei unterschiedliche Modelle. Es gibt die Generation 1, ähnlich wie diese BMW. Ein Nabe gepresst im Radlager. Radlager gepresst im Gehause. Und dann gibt es die Generation 2. Die kennen wir ja meist mal von Polo, Ibiza, Fabia, Rumster, Audi A2. Die meist begeisterte ist natürlich die Transporter T5 und T6. Das ist eine Radlager-Einheit. Ist die Vorgehensweise anders, aber am Fahrzeug ziehen wir das raus und pressen wir das wieder rein, wie die Hersteller von Teilen das gemeint hätte. Und dann gibt es die Generation 3. Ist geschraubt. Das meint, das Radlager ist ein komplettes Teil. Die ist verschraubt am Gehause. Wie zum Beispiel bei dem Audi, BND vorne ist ja auch. Da gibt es unterschiedliche Modelle, aber wir versuchen mit dieser Werkzeugkiste, versuchen wir eine 85% Lösung zu bieten für alle diese Fälle. Ein Radlager tauschen fängt nicht an mit der Nabe. Das fängt an mit dem Kübelgelenk und der Antriebswelle. Dann können wir die Nabe entfernen. Dann können wir die Sicherheitsring entfernen. Radlager tauschen und dann wieder Nabe rein, Antriebswelle rein. Und dann alles wieder verbinden. Apropos Antriebswelle, bei dem hat man ja Probleme, dass die Antriebswelle A schwer rauskommt und B später, was noch schlimmer ist, die wieder reindrücken. Die Nabe ist ein bisschen konig und für Schmitzigkeit, da kommt die Antriebswelle nicht so einfach rein. Und dafür haben wir auch ein Werkzeug. Darauf bin ich gespannt, weil das habe ich noch nie gesehen. Das musst du uns später auf jeden Fall zeigen. Genau. Patrick, wie ist das eigentlich? Der Chef arbeitet heute. Du bist eigentlich der Chefe vom Chefe. Wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft. Und wenn einer sagt, ich möchte gerne erleben, wie das genau in Praxis geht, und das haben wir schon einige Male gemacht, dann gibt es so viel, was wir voneinander lernen können. Und das genau machen wir heute auch mit dich. Hast du schon mal Radlager gemacht? Ja, ich habe das schon mal gemacht, aber das ist nicht jeden Tag. Ja, also da bist du mir auf jeden Fall ein voraus, logischerweise. Und das ist das Römer-Spezialgebiet. Also er kann viele Sachen ziemlich gut, aber im Bereich Radlager ist es wirklich einer der Besseren, den wir fragen können. Und wie er gesagt hat, es gibt nicht nur den einen Weg, ein Radlager rauszubekommen. Wir haben ja im Prinzip hier, wenn ich mal eine Marke nennen darf, einen Lego-Technik-Baukasten, wo du dir eine Lösung baust. Es geht um Durchmesser, es geht um Längen, es geht um Kräfte. Und du suchst dir den Weg, der für dich am schnellsten und am sichersten ist. Und die Routine reinzubekommen, wenn man so einen schönen Werkzeugersatz besitzt, die ist eben Wertschöpfen. Der Arbeitsgang an sich, dort Zeit zu sparen, das ist super, aber erst mal zusammen zu puzzeln und eine Routine darin zu entwickeln, das ist eben der andere Teil. Darum geht es mir jetzt heute. Du willst das ja heute lernen, weil du bist ja nächst... Genau, ich nehme nächste Woche einen Messeeinsatz, aber ich habe mal keinen technischen Kollegen bei mir. Ja, wäre ganz gut, wenn die Angriffe müssen sitzen. Bei Gedobel arbeitet der Chef noch persönlich hier. Um die Kiste geht es heute. Ja, also wir haben uns ja auch übrigens zur Feier des Tages unsere Oranien-Handschuhe mitzogen heute. Weil jedes hat verstanden, dass ich kein Original-Deutscher bin. Kommt von Holland, hier, Robert. Also hat man auch nicht gemerkt, dann akzeptiert. Darf ich dazu eine kleine Bemerkung machen? Ja, klar. Holland sind nur zwei Teile von der Niederlande. Ich bin Niederländer. Ich bin auch Holländer, aber Niederländer. Weil wir haben zwölf Bundesamten, und zwei davon sind Holland. Aber nur zwei Händen. Holland sind die, die für Fußball zuständig sind. Deswegen lassen wir das jetzt. Ja, und ich bin auch viermal gefehlt für meinen Führerschein. Deswegen habe ich eine Anhänger-Kopplung. Das wird lustig heute auf jeden Fall. Ich mache jetzt die Vorarbeit mit Patrick zusammen. Ja. Das heißt, Rad ab, Bremse ab, Klotzen ab und dann schauen wir, was wir haben. Antriebswelle, mutterlos. Ja, und da. So, dann sehen wir uns gut. Bevor wir weitermachen, gibt es von Gedore ein Gewinnspiel. Was könnt ihr gewinnen? Das ist immer das Wichtigste. Einmal ein Rucksack von Gedore. Feier ich selber, hab ich auch nicht. Jeans-Optik. Geil ist das. Achtung mal. Das ist cool. Warum ist das so nicht zu klein? Einmal ein T-Shirt und ein Parazin. Carbon-Optik und so sieht das drin auch aus. Finde ich geil. Und eine ganz kleine Knarre, wo ihr Bits drauf machen könnt. Rucksack, T-Shirt, Bikesent. Wie könnt ihr mitmachen? Ganz einfach. Natürlich, erstmal sollt ihr hier abonniert sein. Gedore automatisch auf Instagram folgen. Wir haben ein Foto auf Instagram gepostet und da drunter einfach kommentieren. Dann macht ihr automatisch mit. Viel Glück dabei, ne? Ist echt geil. Ich finde, ich finde, das hier finde ich geil. Ja, die Tasche ist echt schön. Ja. Tschüss, Bama. Wahnsinn. Da sieht man einfach, wie krumm die Narbe ist. Und was ich gesehen habe hier, ich hätte eine Distanzscheibe gehabt. Da war die Schrauben doch ein Ticken zu lang. Das ist ja auch kaum drin. Wir werden die Klötze uns mal anschauen, weil ich schätze mal, dass die Klötze sich auch krumm abgefressen haben. Weil zum Vergleich, guckt euch mal hier an. Die Scheibe, perfekt. Gar nichts drauf. Ja, dann baue ich das mal schnell aus. Hier haben wir schon ausgebaut. Üblich BMW. Antriebswelle geht nicht ab. Das wird das jetzt auch krumm. Das werden wir auch immer machen. Antriebswelle ist ab. Aber hier nicht. Das Ding ist fest. Robert, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt die Antriebswelle von der E87. Die drücken wir raus. Zweite Schublade. Zweite Schublade. Dann suchen wir einfach die Gewinde heraus. Jo. Von dieser. Das sind jetzt alles für Radbolzen. Alle Gewinde für Radbolzen und Stehbolzen. Das ist der mit 5. Das ist so gross. Drei brauchen wir im Minimum. Und die machen wir nur ein bisschen handfest mit einem Zehner Schuss. Bei Antriebswellen, das ist auch bei Skoda Fabia, CET Vita, die sind sehr fest. Und wir hauen und hauen mit dem Hammer auf den Antriebswelle. Aber wir haben wirklich keine Ahnung, wie fest ist das Ding. Und dann machen wir das Radlager tatsächlich kaputt. Und das ist schade, weil wir rein ein Manchett erneuern müssen. Diese Vorgehensweise, die wir jetzt schauen, dieses Werkzeug hat drei tatsächliche Ziele. Eins ist Antriebswelle ausbauen. Zwei ist die Radnabe entfernen. Drei ist geschraubte Radlager raushauen. Arbeiten mit Hydraulik. Mit Hydraulik. Einzige, was ich benötige, ist Geradheit. Das ist auf 90 Grad auf die Antriebswelle drin. So, die Scheibe drauf. Das ist eine Lochscheibe. Lochscheibe. Das ist eine Universallager, ne? Nähe zu Universal für Pkw und Trabbel. Das ist aber 4 und 5 Loch. Hier ein 5 Loch und das nehmen wir drauf. Muttern drauf. Ach, die Muttern sind hier? Ja. Und das ist auch genau das Punkt, was wir mit diesem Satz machen, weil es gibt viele Mechaniker. Und vier Stück davon. Drei. Drei. Ich habe drei Zangen. Ja genau, aber vier Stück gibt es hier. Ja. Alles schon mal geil hier. Die haben hier so eine Vorrichtung. Wahnsinn. Aber das Vorteil von diesem Satz ist, wir können tatsächlich sehen, wie wir das anwenden. Wir sehen tatsächlich, was passiert. Und weil ich die Raum habe, die Raum zwischen, bin ich unabhängig von der Durchmesser von der Narbe. Und zweitens ist, wann die... Ja, das meinst du, ne? Ja. Wann die Narbe sehr eng ist, gibt es auch einen Adapter im Satz enthalten. Das ist diese. Und diese kann auch die kleinen Durchmesser Narben. Es ist einfacher, dass man das sich gewohnt macht, diese zu benutzen. Aber diese geht nicht fest. Keine Ahnung haben, wie fest die Antriebswelle ist. Dauert es tatsächlich drei Minuten, das aufzubauen, die Hydraulik zu tätigen, Anschluss zu machen am Pumper. Und dann kann man tatsächlich innerhalb fünf Minuten kann man jedes Antriebswelle ausdrücken. Ohne, dass wir die Radnabel beschädigen und Radlager. Und Radlager, ja. Das geht ja in die Richtung. Wir drücken ja raus, insofern brauchen wir das Gewinde. Genau. Wenn wir ziehen, ja, dann nehmen wir die Seite. Und dann haben wir ein Drückstück, universal für Antriebswellen. Das ist ja Wahnsinn. Weil alle Anschlüsse sind Standard. So alle Teile, die es enthalten gibt in diesem Satz, kann man aufsetzen. Die Zylinder, das komisch ist, wenn man mechanisch arbeitet... Ich drücke mir immer einen heißen, ne? Wenn man mechanisch arbeitet, hat man immer zwei Muttern. Eine Mutter für festhalten und eine Mutter für drücken. Die Zylinder ist schon eine Seite der Mutter. So, ich benötige nur einen. Wenn ich drücken gehe, kann ich das direkt ansetzen, aufbauen. Dann machen wir die Adapter drauf. Adapter. Der passt dann auch schön rein. Und dann drehen wir das Ding rein. Und hier machen wir das Zylinder rein. Und auch jetzt ist es das Punkt, nicht ansetzen. Einfach reinschrauben bis zum Rücken. Und dann kurz zurück, ne? Und dann zurück. Und dann wieder zurück. Ja. Sonst presst der sich, dann kriegst du ihn nicht mehr gelöst hinterher. Ach so, sehr, sehr. Wir haben ihn jetzt mit bis zu 17 Tonnen drauf. Wenn wir den jetzt anknallen und dann drücken, den kriegst du nicht mehr raus. Deswegen reindrehen und kurz zurück. Genau. Machen wir auch kein Gewinde oder so kaputt dann, ne? Ihr hätte ich jetzt auch nicht ganz reindrehen brauchen, wie man sieht. Nein, genau. Bei jedes Fahrzeug ist das unterschiedlich. Aber jetzt, wir können jetzt sehen, was wir machen. Und wir können das richtig gerade ansetzen. Fertig. Er hat seine Position gefunden. Also das ist jetzt diese Konstruktion. Das ist Wahnsinn. Ja. Eben. Und wer schon mal beim Einser hier die Antriebswelle rausgekloppt hat, da weiß ich schon mal Bescheid. Das ist eine Sauarbeit, die rauszukriegen. So. Und das Gute ist, ich habe jetzt hier eine Arbeitsstation, ne? Das ist ja mal nur Vitraulik-Zinner. Ich arbeite am Fahrzeug. Ich muss nichts abbauen und zu die Presse bringen. Ich gebe hier mal eine Werkbank, eine Pumpe drauf. Ein Mann-Werkzeug ist das. Und zwei Kumpen zu. Und zwei Kumpen zu. Aua. Es ist schon los. Ja, ja. Achtet mal, als wäre es nix. Als wäre es nix. Ist das komplett los gewesen, das Ding? Nee, nee. Nee, das ist noch nicht lösen. Das ist auch genau ein Problem. Wenn es nicht löse ist, dann kriegt man das nicht heraus. Aber jetzt ist es löse und dann kann man das einfach. Also das ist schon richtig. Und die Aufbauweise ist einige Minuten. Ich spare mir eigentlich Zeit, ich mache nichts kaputt und ich habe keinen Zwitschock mein Kuh. Einfach Antriebswelle ganz kurz rausgedruckt. Oh, jetzt wer das schon mal gemacht hat, er weiß ganz genau, wie schwer das manchmal sein kann. Skoda Fabia, wer das schon mal gemacht hat vorne, Ibiza. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Geschichten mit Antriebswellen habt. Also ich kann ein Buch schreiben über Antriebswellen. So, aber es ging einfach. Und jetzt kommt unser großer Freund. Was heißt das? Als Mensch. Achso. Wir haben Werkzeuge für einen Kunde, die seine Rechnung nicht zahlt. Dann kann man das im Neck legen. Das ist der Buchhalter. Das ist der Buchhalter. Genau. Aber das benutzen wir natürlich tatsächlich für die Antriebswellen von Volkswagen Audi, weil die sind sehr, sehr fest. Die Schrauben und deswegen gibt es die Muttern und die Anschlüsse gibt es auch enthalten. Alles in 3,4 Zoll Anschluss. Ach, das habe ich letztens gebrauchen können. Okay, nächstes Mal wissen wir Bescheid. Unsere große Freund. Und dann gibt es noch einen Tipp. Ja, das ist genau. Um dieses Spiel, die es gibt, weil man haut einmal, zweimal, dreimal. Das ist ein 5 Kilogramm Gewicht. Ja. Und dann kommt die Zange, er zählt ja noch dazu. Der Hinweis ist, zieh ein bisschen an Hand und lass das Gewicht den Job machen. Boah, okay. Fertig. Kommt schon. Oh, das ist los. Ich jetzt beim dritten Mal schon rauskomme. Ja, ich bin ja normalerweise auch, weil mir alles kaputt gewesen ist. Das Radnabel ist draußen. Das Radlager ist immer ein Stück dabei. Da könnt ihr auch nichts machen. Wenn der nicht dabei ist, dann würde ich mir Sorgen machen. Die sind gerollt, das heißt, da wird Material ineinander verpresst. Das sah vorher so aus wie hier, nur mit einem größeren Außendurchmesser. Da wird die Stange quasi mit Rollwalzen bearbeitet, sodass das Gewinn, der entsteht, weil das ist ja flüssig in der Ursprungsform. Das heißt, der Faserverlauf des Stahls verändert sich nicht. Der bleibt in der gleichen Richtung. Das heißt, ich habe eine deutlich höhere Zugfestigkeit. Normalerweise ist das hier unser Federspanner. Aber man kann auf jeden Fall auch eine Nabe hier einsparen. Also wir ziehen jetzt hier den Lagerinnenring von der Radnahme. Das Lager greifen, das heißt, wir haben eine ganz schmale Kante. Da greifen wir runter. Also im Prinzip haben wir hier verschiedene Spannenzangen, die funktionieren so. Die sind gespalten, die haben hier diese Abziehkante, die geht über das Lager. Und dann haben wir hier ein Außengewinder, setzen den auf, fahren rüber, natürlich andersrum, fahren rüber und sorgen dafür, dass sich das Ganze nach innen verpresst. Ach, dann haben wir den erst mal fest. Genau, und dann haben wir hier eine Spindel, ein Druckstück. Den presst du mal gleich raus? Genau. Das ist so eine Kante noch. Genau, dann gehen wir quasi hier rauf und über die Glocke sorgen wir dafür. Dann presst sich das zusammen. Genau, dann nehmen wir die Spindel und ziehen den Innring ab. Das heißt, der passt sich an. Wahnsinn, guck mal, das ist kroneig, also wir können auch nichts kaputt machen. Genau. Und Robert, das ist universal für jeder oder gibt es da jetzt mehrere? Ja, es gibt noch ein Drückstück für echt große Nadel, weil das Problem ist nicht die kleine Nadel, das Problem ist die mittlere Nadel, weil das von einem sonderen Stahl, Federstahl gemacht ist, kann es nur vier Millimeter spannen. Und deswegen, was wir machen ist, wir stellen das Ding auf, dann machen wir die Spindel rein, dann stellen wir das auf Höhe. Aber cool, dass wir unseren Federspanner als Schraubbocker benutzen. Als Schraubbocker benutzen. Ja, man muss ein bisschen kreativ sein ins Leben und wir haben die Plastiksicherheit, die man oft nun vergesst, reinzubauen. Das ist, um die Stoßdampfversauber zu halten, aber wenn man diese raushaut, dann hat man ein Verpacker. Dann kann man das einfach erspannen. Ja. Ich finde das aber Wahnsinn, dass man einfach alles hier machen kann. Man muss kreativ sein. Wir können Werkzeuge ohne Ende haben. Das ist kein Thema, aber wie man das vernünftig ansetzen kann, dass die Becken genau die Rand greifen. Schau mal. Und jetzt spannen wir die Hülse an und dann ist das genau auf der Höhe. Alles, was wir im Mechanismus machen, müssen wir fetten. Aber, das ist auch Metall auf Metall. Die Spannzange, die greift jetzt an. Und wir haben hier die ganze Feingewinde, ne? Ja, natürlich, weil die Kraftaufwand benötigt, so ein Ding abzuziehen. Sitzst du richtig? Ja. Sitzst du richtig hinter? Ja. Mal gucken, hier. Einfach fest. Fertsattet? Ja. Und dann diese benötigst du noch. Und deswegen, diese Spindel ist ab neu schon mit Fett so. Und jetzt, schau mal, was passiert hier. Er drückt auf die Narbe. Außen arretiert. Ja. Mit dem Ring, ne? Also mit der Spannzange. Und dann drücken wir das Ding rutsch und was rausreißen. Ich habe das beim, äh, sehr bekanntes Triebehersteller haben wir uns vorgeführt. Triebeaus. Das Fünsche ist perfekt. Die Idee ist gelass. Und noch. Mal legen da. Ja. Ohne Schade, ohne Heiz. Weil da kann sich tatsächlich die Nadel, die kann sich, die wird schwacher in der Heizung. Schleifen ist die meistbekannte Weg, aber dann macht man auch unbedingt scharf. Ich sage immer, das ist für die Werkstattprofis. Kalt und genau so wie das gehört. Einfach ab. Und es hat keine Minute gedauert. Guckt euch das mal an. Die Leute, die in der Werkstatt arbeiten, die wissen, wie die das rausholen. Viele flexen das ab. Und was passiert dabei? Man kann die Radnarbe kaputt machen. Aber es, dieses Satz reicht aus vor Nähe zu Pkw-Transporter. Und dann jetzt, tollste Herausforderung in unserem Job, die Sicherheitsringe. Sicherheitsringe, die einzige offene Stelle, hier kommt immer Wasser rein unter die Bremsscheibe und dann rostet das Ganze hier schön ein. Wir nehmen die Kratzer und dann machen wir einfach so viel wie möglich entrosten, weil die meisten fangen direkt an mit zu hauen, ein Meißel hier drin und versuchen das zu lösen. Mache es erstmal so sauber, wie man kann. Und was machen wir dann? Das ist eine Möglichkeit zu sagen, ich haue das, sobald das löse ist. Weil ich möchte die Löcher gerne nicht beschädigen. Das ist die kleine Bude. Das ist hier drüben, genau. In die oberste Schublade. Wir haben ja alle Hand- und Betätigungswerkzeuge, die wir brauchen, um Radlagerarbeit durchzuführen. Das heißt, ich brauche immer mal wieder an meinem Werkzeugkasten nebenan. Aber die grundsätzlichen Arbeiten an der Radnarbe, die können wir mit denen machen, die hier drin sind. Und dieser hat auch noch einen größeren Router. Wo ist der? Der Traute Fly. So. 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 Nicht, dass er rausfliegt auf einmal. Der fliegt nichts raus. Die sind ein bisschen nach innen geboten. Kannst du sehen. So. Deswegen schiebt das auch nicht raus. So. Aber jetzt. Dass ich alles habe und das nicht weiß hier. Aber dafür ist ja Robert der heute. Geil, ne? Also abgesehen davon, wer sowas kauft, kriegt eine Einweisung. Robert kommt vorbei. Ja, Robert oder irgendwer anders kommt vorbei. Genau. Kriegt eine Schulung. Genau. So. Entschuldigung. Dann machen wir. So. Jetzt müssen wir das Radlager herausziehen. Ziehspindel. Weil die hat 20-Zone Zugkraft. Moment. Adapter. Weil wir möchten gern die Zylinder sicher haben. Und wir brauchen einen Adapter am anderen Seite, für das tatsächlich herausziehen. Und dann kann er nicht öffnen. Suchen wir die Teile heraus. Weil manche, manche Mechaniker haben neben den Standpresse 1000 Radlager. Ja, genau. Alle unterschiedliche Durchmesser. So. In diesem Sinne beachten wir rein den ABS-Sensor. Falls es einer gibt. Gibt es? Gibt es? So sieht das von hinten aus. Das Radlager. Aber ist dann so. Ist hier drüben. Da müsst ihr aufpassen, wenn das Rad kommt. Und jetzt müssen wir den von hinten nach vorne pressen. Robert, machen wir jetzt das Innenleben. Holst du das auch immer raus? Ich verstehe. Aber wie weniger ich machen musste, wie besser. Ich drücke einfach auf Innenlager an dieser Seite. Und das mache ich mit dem Drückstück. Ein Zentrierring, das genau das Radlager zentriert. Und dann einfach ein kleines Ring. Und dann muss ich nur noch beachten, weil mein Drückstück ist größer wie die Drück. So, ich muss beachten, dass diese nicht mein ABS-Sensor mitzieht. So, das kommt an der Hinterseite. So. Und dann beachte ich nur, ey, zieht sich das ABS-Sensor kaputt oder nicht? Nein, da haben wir genug Platz. ABS-Sensor ist hier. Dann sind wir mit der Hinterseite, die Ziehseite, sind wir fertig. Dann gibt es an der anderen Seite, gibt es ein gleicher Adapter. Die sichert den Drückstück. Aber was ich auch sagen muss, Robert. Hier kann man aber verschiedene Sachen auch nutzen. Du kannst auch einfach was zurecht machen. Lego? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Normalerweise, wenn wir jetzt das nicht nehmen würden. Ich sag mal, wir nehmen jetzt nur das. Machen wir den Innenleben, sagen wir mal hier weg. Machen den genau da drauf. Dann wird es auch klappen, ne? Solange ich die ABS-Sensor beachte, ist es mir völlig egal. Ne? Aber wir brauchen natürlich am Außenseite die Abste zu. Und diese, sieh mal, passt näher zu nicht. Ja. Deswegen gibt es Adapterstücken. Ah. Womit man. Aber das Radlager muss tatsächlich durch das Loch passen. Das ist schon wieder geil. Das ist ja super gelöst. Schau mal, ob das so geht. Das geht auch. Das geht. Und dann haben wir, weil es gibt unterschiedliche Ringen. Geht das auch? Das geht auch. Nein. Das würde auch passen. Ja? Das würde auch passen, ja. Okay. Sieht eng aus, aber ich glaube, ja. Deswegen meine Vorgehensweise, weil, wenn man ein... Das ist das Abstützbereich. Ja. So, wenn ich das so schön wie möglich, so eng wie möglich mache, dann benötige ich irgendwo Zentrierung. Und deswegen... Ist das dann perfekt? Klar. Ja. Und man kann basteln, solange das Radlager rauskommt. Weil hier leuchtet mal, wenn ihr den jetzt reinmacht, hinten, achtet mal, wie perfekt der zentriert ist. Das ist ja Wahnsinn. Und die Spindel zentriert, das Drückstück auch noch. Das ist natürlich jetzt, das ist jetzt perfekt. Ich habe alle diese... Das dürft ihr hier auch nicht ganz festmachen, ne? Genau. Einmal anziehen und lösen. Einmal anziehen und dann lösen. So, und das hier, das passt dann perfekt drauf. Aber es ist noch toller. Okay. Was kommt noch? Weil ich die unterschiedlichen Durchmesser habe. Darf ich die mal? Ja klar. Bitte. Gern sogar. Ach so. Der nimmt mir die Arbeit. Schau mal. Diese Büchse ist so gefertigt, dass ich habe diese Anschlüsse für diese Durchmesser. Und schau mal. Umdrehen. Und dann habe ich die Größe Durchmesser. Und deswegen gibt es diese drei Scheiben auch noch dazu. Das ist Wahnsinn. Das ist natürlich... Und alles ist verriegelt. Patrick, jetzt eine Frage. Wer sitzt bei euch und entwickelt solche Produkte? Ein paar Leute. Produktentwicklung bei uns, also Gidorah Automotive am Standort. Ja. Besteht aus 13 Leuten. So, darin sind Konstrukteure. Da haben wir derzeit drei echte Konstrukteure. Da haben wir technische Zeichnerinnen. Da haben wir einen eigenen Musterbau, was auch wichtig ist. Der gehört nicht zur Produktion, sondern der gehört zur Produktentwicklung. Der baut eben belastungsfähige Muster. Also 3D-Druck ist schön und gut. Aber du willst direkt unter Belastung testen. Deswegen fräsen wir aus dem Vollen, wir drehen aus dem Vollen. Und dann haben wir eine sogenannte Versuchswerkstatt. Da arbeiten Kfz-Meister. Das heißt, da nehmen wir Fahrzeuge auseinander. Da machen wir Auslegungsversuche. Da machen wir Belastungstests. Auch das ist Teil der Produktentwicklung. Das heißt, wir wollen nicht nur zeichnen und auf Zuruf entwickeln, sondern wir wollen selber testen, was geht und was geht vielleicht noch mehr. Wir entwickeln, wir haben im Jahr, kannst du sagen, um die 50 Neuheiten. Das sind teilweise Sachen, die kennt man noch nicht. Die sind komplett neu. Es mag aber auch ein neues Teil sein, was in dem, was haben wir gesagt, Lego einfach noch mehr ersetzt und nicht einfach noch eine ganze Reihe anderer Fahrzeuge machen kann. Und das ist am Ende sehr wichtig in der Werkstatt, dass ich produktiv bin. Dass ich nicht unterbrechen muss, weil ich gerade das Teil nicht habe. Dass ich möglichst universell arbeiten kann, vor allem, dass ich sicher arbeite. Ja, das ist Wahnsinn. Also das macht die Qualität tatsächlich auch aus. Das ist auch so eine Besonderheit bei uns, unsere Mitarbeiterinnen im Bereich Produktentwicklung. Die allermeisten haben zur technischen Ausbildung, Konstruktionsausbildung, Kfz-Ausbildung. Die haben alle schon unter dem Auto gelegen. Also auch der Bereich Dokumentation gehört auch zur Entwicklung bei uns. Da, wo wir Bedingungsanleitungen schreiben, auch da haben wir ausgebildete Kfzler. Im Bereich Datenmanagement, da wo wir unsere Produkte beschreiben, auch da sind ausgebildete Kfzler. Das ist total wichtig, dass sie sich in die Anwendungsfälle reinversetzen können. Und was auch nicht zu vergessen ist, wir sprechen über Produktentwicklung, Fertigungstechnik. Total wichtig. Das heißt wirklich die Qualität, die ich am Ende sehe. Diese Präzision, die Belastung. Das passiert alles in der Fertigung. Und alles in Deutschland. Alles in Deutschland, genau. Im Schwarzwald. Sorry, das müsste aber sein. Ja, aber diese Kollegen, das ist unsere Mannschaft. Und die Techniker, die das benutzt, das ist die andere Mannschaft. Zusammen sind wir schon stark. Nee, also ich bin ja beeindruckt, weil das ja einfach so leicht geht und so präzise geht. Und mit dem Radnabe gerade. Das ist ja Wahnsinn. Wir können das Leben tatsächlich einfacher machen, aber gleichzeitig so viel Zeit sparen, ohne unser Gequatsch, kann man das tatsächlich in eine Stunde vorführen. In einer Stunde. Ohne festgerostete. Mit drei Krabbeerpausen. Nein. Ja, aber ohne festgerostete Bolzen geht das innerhalb einer Stunde. Ich bin mir sicher, das werden wir sogar schneller schaffen. Wir brauchen hier eine Stunde, was gibt BMW, Radlager hinten. Vier Stunden. Und ein Werkzeugsatz von 16.000 Euro mit Hydraulik. Und dann haben wir mit unserer universelle Lose ein Schnappchen. Wir sprechen ja die ganze Zeit über Zeit. Natürlich ist es wichtig, dass du produktiv bist in der Werkstatt, so viel wie möglich Zusatzaufträge annehmen kannst. Also das ist die wirtschaftliche Seite. Da ist natürlich eine Investition, die muss ich auch amortisieren über die Anwendungsfälle. Aber was ja ganz wichtig ist, dass du mit hochpräzisem Werkzeug das Fahrzeug nicht beschädigst. Also weder die Teile, die frischen Teile, die du einziehst, noch irgendwelche Fahrzeugteile, wo du im Zweifel Abdrücke hinterlässt, im Zweifel irgendwelche, was weiß ich, irgendwas abbrichst oder verquetschst. Das hast du eben alles nicht. Und das ist für deinen Kunden wichtig. Das ist das Fahrzeug, was reinkommt, das geht ja nicht kaputt, dann wieder raus. Ein Druck- und Zugzylinderhack, die Spindel jetzt von der Seite rein, weil die Kraft geht in die Richtung und wir ziehen. Eben haben wir anders noch aufgebaut. Deswegen haben wir auch einen Fallzuhl. Schnellschrauben. Aber, Leute, achtet mal, wie das jetzt aussieht. Der bewegt sich keinen Millimeter. Ja. Hinten ist der genau auf der Narbe drauf. Ist einfach nur gerade. Okay. Robert. Der wird schrauben. Das sehen wir jetzt nicht, aber später wird der Radnager hier drin sein. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir hier pressen. Und immer bedenken auf Sicherheitsgrund. Was ist das schwachste Teil von unserem Aufbau. In diesem Sinne kann wenig passieren. Ja. Weil die Spindel kann 20 Tonnen behärten. Alle Drückstöcke auch. Die können 100 Tonnen haben. Die Mutter kann das haben. Gar kein Thema. Was ist im Sicherheitssinn potenziell gefährlich. Wo geht das Ding, wenn der komplett rauskommt. In diesem Sinne fällt er runter. So, das müssen wir beachten. Und niemals in Verlängerung der Spindel sein. So, 2 ist 2 Tonnen. 3 Tonnen sind wir. 4,5. 4,5. Und jetzt ist einfach. Hinterseite schauen. Wie geht das alles in Ordnung mit der Arne ist. Wahnsinn. So macht das. So, glaube ich, stolz der ist. Also ich habe einfach Lust, es ist Wahnsinn. Achtet mal. Radlager ist einfach so raus. Ohne Probleme, ohne Anstrengung. und das geilste ist keine zusatz arbeiten das heißt mussten das innenleben nicht abbauen mussten das gegenstück nicht suchen das ding war einfach brutal also hier sieht man das ja noch aber wir müssen auch beachten weil wir so präzise arbeiten können benötigen wir weniger kauf das ist das coole von die werkzeug aber jetzt ist ein sehr interessantes peter hat gedacht wir drücken jetzt das radlager innen aber wir ziehen es aus von außen so am innenseite ziehen aber am außenseite abstützen aber jetzt wann wir das wieder rein machen dann ziehen wir das in von innen wir ziehen es innen ja ich sitze am innenseite ab so radlager kommt nach vorne aber und dann mache ich die zentrierung am vorderseite wir bauen das auch sie haben das ganze hier geschweißt kaputt hier drauf geschweißt ich habe viele sache gesehen aber das ist jetzt nichts passiert klar aber man schweißt nichts hier drauf wollen dass jetzt das neue ein und dann können wir weiter mit unseren leergang hier machen haben das neue radlage zentrieren vor ausziehen ist natürlich die gleiche von wieder rein pressen aber dann geht es von aus die seite geht es auf ein preis seite dann haben wir die durchmesser von die scheibe gewählt die etwas kleiner ist wie das radlage sonst haben wir natürlich ein problem bei rein drücken dann ist diese fest dann haben wir ein problem so diese ist für außen kriegen drauf drücken einpressen aussparung abs und das haben wir sogar aussprungen ja und diese diese rand ist später noch wann wir die nabe hereindrücken so das geht mit die text am drückseite so ja und das ist ab zu zu am hinterseite was ja total wichtig ist ne außen ist wo beschriftet ist gerade gelernt hier so jetzt immer gespannt ich auch keine chance sind wackelt weil das jetzt sehr wichtig ist natürlich wo wir müssen gehen gerade sein das ist genau genau also radlage ist auch jetzt hier noch mal ist das ist kein schrauber richtig der man das einfach gemacht er nur als hobby soweit mit handkraft an drehen wie es geht also der ist ein bisschen runter aber da wird sie jetzt reinziehen ja jetzt gerade ziehen dieses teil hier mit wasser oder meist ja so recht ja so besser schreibe ich alles raus kein problem Nein, war ich natürlich nicht. War ich natürlich nicht. Ruhig anfangen. Flüssig das Ding reingeht. Und dieser Ring, wie ihr seht, ist ein bisschen schmaler. Das heißt, ich kriege das auch ohne Probleme weil Radlager geht natürlich ein bisschen tiefer. Robert, jetzt eine Frage. Du bist ja der Radlager-Experte. Bis wie viel? Drückt man jetzt. Was muss doch hier stehen, wo du sagst, okay, ist fertig. So wie Drehmoment? Solange die Zylinder seinen Endabschlag nicht erreicht hat, sobald die hoch geht, dann ist fertig. Weil jetzt 5 Tonne schon. 5000 Kilo. Reicht aus. Geht nicht kaputt, weil es ist rein auf Außenring. Das Lager kann nirgendwo hin. Aber ich würde sicherlich nicht sagen, mach das bis 10. Wann es ansteht, steht es an. Fertig. Und mit Handpumpe hat man auch tatsächlich das Gefühl, es steht an. Mit Pneumatikpumpe kann man nur hören und dann hat man die Messuhr direkt auf 12 Tonnen stehen. Was ich geil finde, dass alles passt genau. Radlager passt perfekt. Kein Spiel. Wie das Ganze easy geht, das ist geil. Patrick ist kein Schrauber. Eidausch kann er besser als ich. Eidausch hat es auch noch nie gemacht, aber wäre interessant, dass es Eidausch vielleicht macht, die Seite. Und drin ist er. Ist er richtig? Perfekt. Sicherheitsring. Sicherheitsring. Neu. Spezialzange. Spezialzange. Guck mal. Was? Ja. Das habe ich vorher natürlich sauber gemacht. Ganz gut. Weil er war ein bisschen rostig, weil er. Jetzt Radlager. Jetzt Radlager. Radlager wirklich interessant. Und die möchten wir gerne von hier außen, möchten die die auch sind. Und die ist zu groß. Wir versuchen einfach. Schau mal. Deswegen gibt es diese Ringe. So außen drückt auf das Lager. Und innen zentriert. Gut, vorne haben wir gemacht. Hier ist ja klar, das bleibt wieder. Das ist vorne. Ja. Also, wir ziehen wieder die Radnabel wieder ein. Und wir stützen ab. Moment mal. Die geht da rein. Die geht. Auf das Innenlager. Der kommt nach hinten. Das ist natürlich wichtig. So drauf sein. Schau mal. Genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Es geht darum, dass es flach ist. Dass es flach abstützt. Ja. Weil das ist das Außeninnelager. Und das ist das Innen. Ja. Das muss genau so drauf sein. So. Einmal mit wieder. So. Mutter. Ist aber wenig Platz hier in so einer Karte. Ja. Und wenn es noch zu wenig Platz gibt, auch für die Spindel, kann man einfach die Spindel aufdrehen. Ach, Spindel drehen. Also, guckt euch das ab. Wie gerade das ist. Schlau ansteßen kann ich. Einmal gerade. Wahnsinn. Also, ist zwei Meter entfernt. Ihr wisst, wenn man hier einen Fehler macht, das Ganze einmal falsch reinpresst, ist die ganze Arbeit umsonst. Und man muss das alles wieder von neu machen. Das war's. Und hier auch gleich, wenn du einmal Widerstand spielst. Ja, und sehr direkt. Sechs Tonnen jetzt drauf. Ja. Und dann ist der fertig. Ja. Wir müssen nicht unterschätzen, sechs Tonnen ist vierfach das Wagengewicht. Vierfach. So. Reicht aus. Ist ein Traum. Ich mach's einfach drauf. Zack hier hin. Und dann dreht er so drauf. Jetzt die Antriebswelle. Auf Platz. Jetzt die Antriebswelle. Die Antriebswelle ging schon schwer ab. Es kann sein, dass er schwer auch wieder reinkommt. Ja. Deswegen haben wir etwas mitgebracht. 3er BMW, 1er BMW, Antriebswellen wieder rein zu bekommen. Sau schwer. Und er hat ein Spezialwerkzeug. Ich weiß es nicht. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich bin genauso gespannt. Mal schauen, was Robert uns mitgebracht hat. Von Gedore. Okay, was ist das jetzt? Das ist ein Gelenkwellen-Einziehwerkzeugsatz. Okay. Wir suchen uns die richtige Adapter aus. Treffer. Okay. Und das ziehst du? Und dann stecken wir die Antriebswelle ruhig ein. Damit stützen wir ab am Nabe. Und mit der Mutter ziehen wir die Antriebswelle ganz ruhig in die Nabe. Wahnsinn. Wer kommt denn auf sowas? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Man sieht ja das Ding. Kannst du einfach so reinschieben dann, ne? Ja. Krass. Warum haben wir hier mehrere? Unterschiedliche Antriebswelle und unterschiedliche Antriebswelle. Und wann wir ein Werkzeug verkaufen, möchten wir sagen, universell und spezifisch. Jedes hat auch ein eigenes Nummer. So falle ich rein diese BMW-Antriebswelle. Dann werde ich dieses Nummer mit einem Abstand benutzen und einem Motor. Okay, das will ich jetzt in einen Satz ziehen. Oh, so. Wer hat denn das eigentlich auf Zwergenröhe eingestellt? Deswegen haben wir hier. Ja, sieht doch gut aus, oder? Ja. Und jetzt kommt es schon durch. Kommt schon durch. Ja, ja. So. Meistmal sagen wir dann, oh, dann drehen wir das einfach fest mit Mutter. Aber das Hauen von Schlagschrauben, das möchten wir nicht gerne. Weil dann ist das Radlager direkt kaputt. Guck mal, wo du bist. Ja, ja. Kannst du das wieder dran machen? Ja, ja. Guck, genau so. Das Problem habt ihr. Und ab jetzt kommt es nicht mehr. Und jetzt? Wie wollt ihr das machen? Ich könnte nicht drauf hauen. Ich könnte nicht hier drauf hauen. Weil das ist ja, das ist ja nichts. Das ist ja Alublech. Und wie hast du es denn gemacht? Wie hast du es denn gemacht? Ich habe immer die Antriebswelle sauber gemacht. Radnabel innen drin sauber gemacht, Antriebswelle sauber gemacht. Ja. Es gibt zwei unterschiedliche Hülsen. Mhm. Und das Schönste ist natürlich, dass es nicht auf der Narbe steht. Also da hat man auch keine Bedenken. Also Radlager oder so greifen wir nicht an. Oder wir drücken den Radlager nicht raus, können wir ja auch nicht. Ja. Und wir können noch sagen, wir lagern das noch. Das geht. Weil es gibt ein Lager, tatsächlich für mechanische Arbeit, gibt es ein Lager enthalten in dieses Platz. Und das ist ja innen drin halt. Genau. Und was können wir da noch machen? Ja, ist fest. Antriebswelle muss schon genau in die Narbe rein sitzen. So ist noch schicker. Sehr schicker. Und jetzt kann ich dann sagen, zwei Schlüssel. Und einfach reindrehen. Und das soll sich... So. Dann halten wir hier mal fest. Und dann drehen wir das einfach. Ich erkenne, dass es drin ist, wenn es nicht immer weitergeht. Ja. Los, lösen. Nein, geht nicht. Hätte sein können. Jonas, mach mal. Ich schaff das auch nicht. Wäre jetzt auch peinlich gewesen. Nein. Sehr gut. Und bitte? So. Nur weil ich hier 50er Bizeps habe. Sehr gerne. Wir wünschen das gerne. Ist ja gewachsen über Nacht. Natürlich. Wieder an der Diät. Ja, ja. Wächst immer über Nacht. Und wenn ich immer aufstehe, dann sehe ich die Realität. Ja. Wahnsinn. Das ist krass. Dora, wenn du das bestellst, ist das so im Set. Wenn man die Satz bestellt, kommt das so an. Also rauspressen war schon geil. Nein. Aber das reinziehen, das war jetzt göttlich. Das ist das tolle von unserem Job. Jetzt kommt das weg. Aber ich weiss, Transit? 500. 500 Nm. 500 Nm. 500 Nm. 500 Nm. Es ist natürlich für die Werkstätte gedacht. Also, aber ehrlich, müsst ihr euch. Also wenn ihr in der Werkstatt seid und sehr viele Radlager macht oder vielleicht einen riesen Bogen von Radlager macht, guckt euch die Kiste an und dann müsst ihr für euch entscheiden. Aber das Ding ist wahnsinnig. Bis zum nächsten Mal.